Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. Und sich von den zahlreichen Anschwärzungsversuchen, denen der Kontrafunk ausgesetzt ist, einfach nicht beeindrucken lassen. Heute ist Sonntag, der 28. April 2024 und zunächst möchte ich Ihnen etwas über Bildungsposter erzählen, denn dahinter steckt unser heutiger Werbepartner. Es geht also wirklich um Poster zum an die Wand hängen und zwar sind das informative, übersichtliche und dekorativ gestaltete Plakate, die von Themen wie Geschichte der Philosophie, deutsche Geschichte, Götter der Welt, germanische Sagen, die Bibel, griechische Sagen, deutsche Literaturgeschichte, Entdecker der Welt oder römisches Reich handeln. Die meisten dieser Poster sind 1 Meter mal 70 Zentimeter groß. Vereinzelt gibt es auch andere Formate. Und insgesamt gibt es mittlerweile 27 verschiedene Poster im Internetshop auf bildungsposter.de. Einen ganz besonderen Akzent legen die Macher offenbar auf Georg Wilhelm Friedrich Hegel, denn diesem Philosophen und seinem System der Wissenschaft ist ein eigenes Ausschneideposter gewidmet, auf das man bei jeder Party mit etwas Hegelwissen glänzen kann. Solche Leute nennt man dann Bildungsposer, aber das ist nur ein Karlauer, damit sie sich Bildungsposter besser merken können. Also www.bildungsposter.de, das ist die Homepage eines pfiffigen und sympathischen Zwei-Mann-Unternehmens und damit kommen wir jetzt zur Aktualität der letzten sieben Tage. Leider ohne Hegel, den ich natürlich liebend gern mal in die Sonntagsrunde eingeladen hätte, denn ich glaube, er war ein durchaus politischer News-Junkie. Wenngleich ich nicht sicher bin, ob wir viel Freude aneinander gehabt hätten, denn nach allem, was ich von zeitgenössischen Berichten weiß, wäre Hegel vor dem Mikrofon nicht wirklich mitreißend gewesen. Immerhin stammt von ihm der Satz, die Zeitungslektüre ist das Morgengebet des modernen Menschen und dieser Satz führt uns jetzt direkt zur Sonntagsrunde. Ich begrüße Erika Steinbach, Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung, den Journalisten und Buchautor Alexander Kisler von der Berliner Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung, sowie den Schweizer Unternehmer und SVP-Politiker Claudio Zanetti. Außerdem ist der Geschäftsführer beim ZAF, dem Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen. Claudio, du hast ja sicher gehört, was der ehemalige deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn zum Thema Aufarbeitung, Aufklärung, Verfolgung und so weiter gesagt hat. Er will keinen Querdenker-Gerichtshof. Ist es das, was ihr vorhabt, Querdenker-Gerichtshof? Es ist immer gut, wenn die Beschuldigten selber ausbestimmen, wer am Schluss über sie zu Gericht zu sitzen hat. Nein, wir wollen überhaupt keinen Querdenker-Gerichtshof, der uns da unterstellt wird. Es geht einfach darum, gewisse Dinge aufzuarbeiten. Wie sind Entscheidungen zustande gekommen und so weiter. Und wir haben ja noch geltendes Recht und es wurde genügend geltendes Recht verletzt, dass man also da nicht einen speziellen Gerichtshof einrichten muss. Das kann man alles mit den Gerichten, die wir haben. Und ich meine, wir haben ja eine Anzeige eingereicht beim Generalbundesanwalt. Und dort geht es ja darum, um die Impfpflicht, also um die einrichtungsbezogene Impfpflicht, wo wir einfach sagen, wenn der Staat eine Vorschrift erlässt, von der er weiss, dass dabei Menschen zu Schaden kommen können oder sogar sterben können, dann verletzt er damit die Würde des Menschen. Ich erinnere daran, es gab einmal ein Gesetz nach 9-11, haben auch die Deutschen ein Gesetz gemacht, das den Abschuss von Flugzeugen erlaubt hätte. Also Terroristen entführen ein Flugzeug, stürzen irgendwie auf eine Grossstadt zu. Und da ging es um die Frage, darf der Staat ein Gesetz machen, das den Abschuss eines solchen Flugzeugs erlaubt. Und das Bundesverfassungsgericht hat klar gesagt, nein, kommt nicht in Frage, der Staat darf nicht Menschenleben gegeneinander aufwägen. Und diese Fragen gehören geklärt. Das hat überhaupt nicht mit Querdenker oder irgendetwas zu tun, sondern da geht es um ganz grundsätzliche Sachen. Ist der Staat überbegriffig geworden? Und wenn ja, wie werden wir erstens mal schauen, dass die Leute, die sich strafbar gemacht haben, auch zur Verantwortung gezogen werden? Und was noch wichtiger ist, wie verhindern wir solche Überkräftigkeit in Zukunft? Zur Klärung beigetragen, unter anderem hat er jetzt eine Klage von der Zeitschrift Multipolar, die es erreicht haben, dass zunächst mal die Beratungsdokumente in diesem internen Gremium beim Robert-Koch-Institut in Deutschland lesbar werden sollten, dass man weiß, wer hat da eigentlich wen beraten, was wurde gesagt, wie wissenschaftlich sachhaltig waren diese Sachen. Das kam also an die Öffentlichkeit, allerdings in geschwärzter Fassung. Und jetzt wurde zunächst mal der Termin der weiteren Klage. Man hat dann gesagt, nein, nein, diese Schwärzungen, die müssen auch noch weg. Das sollte eigentlich jetzt am 6. Mai verhandelt werden. Aber das Robert-Koch-Institut hat gesagt, das schaffen wir auf keinen Fall. Bitte Fristverlängerung. Und jetzt ist es also bis zum 8. Juli verlängert worden. Ja, Alexander Kisler, du hast ja auch sicher dieses Hin und Her mit diesen Schwärzungen da verfolgt. Ganz allgemein, was macht das für einen Eindruck auf dich? Ja, das macht selbst mal den gleichen Eindruck, wie auch bei dem Thema, das wir vielleicht auch noch besprechen werden, den Akten aus dem Klimaschutz-, Wirtschafts- und Umweltministerium, dass die gegenwärtige Regierung ihren Transparenzpflichten manchmal nur mit Androhungen gerichtlicher Maßnahmen nachkommt. Und das ist irgendwie schon bedenklich. Man hat offenbar große Lust, Dinge zu verbergen, die eigentlich in die Öffentlichkeit gehören. Herr Bundeskundheitsminister Lauterbach hat jetzt in dieser Woche noch mal vor dem Bundestag gesagt, ja, das seien alles sehr diffizil personenrechtliche Fragen, die es da zu klären gäbe. Man müsste ja jeden Einzelnen, der drinsteht in diesen Protokollen, fragen, ob er mit der Aufhebung der Schwärzungen einverstanden sei. Man sieht natürlich auch an dem, was da ist, an den geschwärzten Passagen, dass auch vieles geschwärzt ist, was eben nicht nur einzelne Personennamen sein können, sondern auch Sachverhalte wurden geschwärzt. Da finde ich eben drei Sachen auffällig. Zum einen, wir haben eine Regierung, die sich Respekt und Transparenz auf allen Ebenen auf die Fahnen schreibt. Sie geht in vielen Stellen intransparent vor gegenüber der Presse und respektlos gegenüber dem Souverän, den Bürgern. Zweitens, wir haben eine Debattenkultur, die gar nicht so besser geworden ist als damals in der Corona-Zeit. Wenn ich höre, dass Herr Spahn jetzt wieder diesen negativ gefährden Begriff der Querdenker aus der Mottenkiste hervorholt und damit meint, Regierungskritik sei Querdenkertum und Querdenkertum sei gefährlich, möchte ich erst mal sagen, Querdenken, also gegen das, was alle meinen, ist zunächst mal vornehmstes Bürgerrecht. Aufklärung geht nur durch eine in solchen Sinne produktive, aufgeklärte, zivilisierte Querdenkerei. Man sollte das also jetzt nicht hier komplett negativ framen lassen. Das finde ich also unanständig, zumal von einem unmittelbar Betroffenen wie Herrn Spahn, der das Impfen gewissermaßen für patriotischen Bürgerpflicht erklärt hat. Und das Dritte, was ich daraus lerne, ist, wir leben nach wie vor in sehr, sehr aufgeregten Zeiten, in denen es unfassbar schwerfällt, nahezu alle Beteiligten einen öffentlichen Diskurs so zu führen, wie er sich gehört, nämlich aufgrund der Fakten und ohne Menschen persönlich anzugreifen oder ihnen Weltanschauungen zu unterstellen, die man dann ablehnt. Frau Steinbach, es ist ja deutlich, dass die das zunächst mal unterm Deckel halten wollen. Deswegen die Schwärzungen. Das ist ein politischer Akt, das ist sozusagen nachvollziehbar. Aber es handelt sich da ja um ein wissenschaftliches Gremium. Das Robert-Koch-Institut ist ja zwar dem Gesundheitsministerium unterstellt, aber es sollte doch beratend, es sollte deshalb wissenschaftlich freitätig sein. Nach allem, was wir jetzt wissen, warnen Sie es nicht. Wie stark ist denn Ihr Vertrauen, jetzt nicht nur in die Politik, da kommen wir gleich noch dazu, aber in die Wissenschaft erschüttert? Na, die Wissenschaft steht unter Druck. Einerseits auf der anderen Seite biedern sich aber auch Teile der Wissenschaft der Bundesregierung an und machen ganz willfährig mit. Die Tatsache, dass überhaupt ein Papier vorhanden ist, wo Schwärzungen drin sind, die natürlich unerfreulich sind, das verdanken wir ja dem Informationsfreiheitsgesetz. Und ich prognostiziere, dass die Bundesregierung sicherlich irgendwann versuchen wird, auch unter Mithilfe der Union dieses Informationsfreiheitsgesetz wieder zu entschärfen, weil natürlich der Bürger und auch die interessierten Medien damit die Möglichkeit haben, an Informationen und Unterlagen heranzukommen, die sie sonst niemals zu sehen bekommen würden. Was mich freut, ist, dass in Hessen ein Untersuchungsausschuss zu Corona eingesetzt wird. Das hat die AfD geschafft. Die haben die nötige Mehrheit von 20 Stimmen zusammenbekommen. Im Deutschen Bundestag wird das nicht gelingen, da die CDU natürlich selbst so viel zu verschleiern hat, dass sie nicht mittun würde, um einen Untersuchungsausschuss zu installieren. Und die AfD hat allein nicht die nötige Stimmenzahl. Also es betrifft ja viele Themenfelder, wo am Ende der Bundesregierung daran liegt, dass keine Transparenz geschaffen wird, obwohl sie sich eigentlich freuen müsste, wenn Bürger und Medien, allerdings leider nicht alle Medien, sondern nur solche Medien wie Kontrafunk zum Beispiel, sich für die Dinge interessieren und genaueres wissen wollen. Wenn wir in einer Demokratie leben, und vorhin in dem ersten Beitrag wurde ja gesagt, noch leben wir in einer Demokratie, da kann mancher schon ein Fragezeichen dahinter setzen, dann müsste sich jeder freuen, dass es einen intensiven Meinungsaustausch gibt. Aber die Freude seitens der Bundesregierung erscheint mir wirklich sehr begrenzt und auch die Freude etlicher interessierter Wissenschaftler. Ja, aber diese Untersuchungsausschüsse, das sind ja auch immer politische Gremien, bringen auch nicht das, was man sich davon verspricht. Ich meine, in Thüringen oder Sachsen hiess es dann plötzlich die Protokolle unterliegender Geheimhaltung. Das ist natürlich ein Unsinn. Wie kann das Protokoll einer öffentlichen Anhörung geheim sein? Aber die machen genau solche Dinge. Und jetzt vor zwei, drei Tagen hat die Berliner Justizsenatorin jetzt noch vorgeschlagen, jetzt brauche ich einen neuen Tatbestand, Sabotage der Demokratie. Das klingt ja wirklich ganz gut. Aus meiner Sicht wäre Sabotage an der Demokratie die Aufhebung einer Schuldenbremse oder eben die Schwärzung von solchen wichtigen Berichten. Das, finde ich, ist Sabotage an der Demokratie. Aber die drehen das natürlich um und verwenden es dann gegen ihre Kritiker eine höchst gefährliche Entwicklung. Und ich meine, die Welt hat immer wieder Extremismen gekannt. Ich meine, französische Revolution, drittes Reich und so weiter. Und zum Teil sind die Mechanismen genau die, die wir auch heute beobachten. Eben wenn dieses Jackson-Balance-System nicht mehr funktioniert. Man darf nicht kritisieren, wird er sofort unter einen Generalverdacht gestellt und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr beängstigend. Und da müssen wir wachsam sein, wenn plötzlich die Regierung uns kontrolliert anstatt umgekehrt. Dann stimmt die Demokratie überhaupt nicht mehr. Der Grundsatz von der Demokratie ist ja, dass die Menschen die Regierenden unter Kontrolle halten. Und plötzlich kehrt das alles um. Die wollen auch wissen, wofür wir unser Geld ausgeben, wie wir es ausgeben. Bargeld soll verschwinden und so weiter. Die Tendenzen sind wirklich furchterregend. Ja, und der Wohnraum soll noch begrenzt werden. Wir werden auch über die Quadratmeterzahl auf der Menschenleben sprechen müssen, wurde gerade gesagt. Aber es gibt ja ein wirklich interessantes Buch seit geraumer Zeit, wie Demokratien sterben. Und zwar zwei eher linke Professoren von Harvard, der Steven Levitsky und der Daniel Zieblatt, haben darin deutlich gemacht. Die Bereitschaft, die Rechte der Opposition zu beschneiden, ist eines der Kriterien. Eine Rhetorik, die die oppositionellen Kräfte zu Staatsfeinden erklärt, ist eine der Kriterien. Und Versuche, die Opposition von der vollen Beteiligung am politischen Leben auszuschließen. Und weit gefasste Verleumdungsgesetze. All das zählen sie auf, was deutlich macht, dass eine Demokratie am Sterben ist. Und das erleben wir gerade leibhaftig in Deutschland. So, jetzt noch mal kurz zurück in die Schweiz. Weil wir haben die ganze Zeit über deutsche Dinge gesprochen. Das RKI ist in Deutschland das führende Institut gewesen. Diese geschwärzten Pfeils sind durch die Presse gegangen, sind freigeklagt worden. Aber, Claudio, wie ist es denn in der Schweiz? Man hört da gar nichts. Wie ist es denn mit der Aufarbeitung in der Schweiz? Da wurden doch auch geschwärzte Pfeils einfach so rausgegeben. Hat man sich nicht weiter groß aufgeregt, oder? Natürlich. Auch die Klage von Dr. Philipp Kruse, der Rechtsanwalt, oder gegen Swiss Medics, die eigentlich zuständig wären, die Sicherheit unserer Medikamente zu überprüfen, die wurde einfach gar nicht an Hand genommen. Jetzt hat er eine überarbeitete zweite Version eingereicht. Aber das ist schon ein grosses Problem. Die nehmen einen gar nicht ernst. Die machen einfach weiter, oder? Die Hunde bellen, die Karnavane zieht weiter. Und auch hier stimmt vieles nicht mehr. Und auch die Medien. Ich meine, ich bin sehr froh, dass der Herr Kistler da ist. Ich bin begeistert über was er schreibt. Aber das ist NZZ Deutschland. Ich meine, in der Schweiz ist die NZZ natürlich fast durchwegs auf der falschen Seite und sehr regierungstreu. Zwischendurch mal ein Leitartikel, der Hoffnung macht. Aber die ganze Berichterstattung über die Schweiz sonst ist natürlich sehr defensiv zum Schutz der Regierung. Und die Opposition, namentlich natürlich wir von der SVP, wir werden von der NZZ durchwegs als Bande von Idioten hingestellt. Gut, dafür können wir Alexander nicht haftbar machen für alles, was in der Neuen Zürcher steht, besonders in der Schweizer Ausgabe. Nein, natürlich nicht. Ich sage es ja. Ich bin ja begeistert, was Dr. Kistler schreibt. Ja, für uns in Deutschland ist die NZZ sozusagen das Westfernsehen, wie es früher in der DDR war. Ja, das hat der Herr Maaßen ja mal gesagt. Deswegen gibt es eine Akte beim Verfassungsschutz. Ich weiß nicht, ob die Demokratie am Sterben ist. Ich hoffe, sie ist stark genug, auch die Angriffe durch jene zu überstehen, und die meinen, in ihrem Namen zu sprechen. Das ist schon eine Gefahr. Und gerade, um auf die Ministerin vom Land Berlin zurückzukommen, mich macht es immer skeptisch, und das war auch in ihrem zitierten Beitrag vorhin der Justizsenatorin der Fall, wenn von unserer Demokratie die Rede ist. Ich denke mir dann immer, ich bin Demokrat, leidenschaftlich gern, auch kämpferisch. Ich bin für die Demokratie. Ich bin nicht für unsere Demokratie. Weil dieser Terminus impliziert leider Gottes oft schon, dass einige nicht dazugehören und dass die, die für unsere Demokratie sprechen, darüber entscheiden können, wer nicht für unsere Demokratie spricht. Und ich finde, wir sollten für die Demokratie sein. Herr Kiesler, ich verstehe das als unsere deutsche Demokratie. Unsere Demokratie in Deutschland, die gilt ja für alle. Das gilt nicht nur für einen Teil, sondern es muss für alle gelten. Da haben Sie völlig recht. Ich finde, der Begriff hat eine leichte Unwucht. Also ich weiß auch nicht, ob der früher schon so oft zu hören gewesen war. Ja schon, aber stellen wir uns jetzt vor, wenn Regierende, also nicht einmal ein Gericht, sondern Regierungsmitglieder sagen, die Sabotage der Demokratie muss unter Strafe gestellt werden und die bestimmen dann, was Sabotage ist. Ich meine, Frau Steinbach hat es erwähnt, jetzt reden wir selbst über die Eigentumsfreiheit, wie die Leute wohnen können, wenn sie sich das leisten können. Eigentum gilt nicht mehr. Während Corona wurden Leute verhaftet, zu Boden gerissen, weil sie auf einem Platz standen und das Grundgesetz in die Höhe hielten. Ich meine, wie schlimm kann es noch werden? Oder ein junger Mann, der seinen Kollegen umarmte, wurde mit dem Polizeiauto durch den Stadtpark gejagt. Solche grotesken Auswüchse, die gehören doch untersucht. Und wir müssen auch wieder zurückfinden zu der Idee, dass Freiheitsrechte den Menschen vor dem Staat schützen. Und die drehen das alles um. Ich glaube aber, das wird tatsächlich nicht so leicht in Vergessenheit geraten, wie es die Verantwortlichen gern hätten. Natürlich möchten die da jetzt Beton draufschütten, wie auf ein dampfendes Atomkraftwerk, aber das wird nicht klappen, weil sich eben diese Bilder, die du, Claudio, gerade evoziert hast, bei vielen Menschen eingebrannt haben. Und es sind nicht nur die stillgestellten Bilder von damals, sondern es ist ein Prozess, der weitergeht. Es brechen immer neue Schreckensmeldungen hervor. Ich meine, wir wissen, was mit den Fussballspielern, mit den jungen Sportlern und so weiter passiert. Das ist alles abnorm. Und es fällt einem wachsenden Kreis von Menschen einfach auf. Ja schon, aber eines der wichtigsten Freiheitsrechte, das wir haben, die freie Rede, wird doch auch wie eine Salamiewurst beschnitten und gekürzt. Ich meine, jetzt kommt ein Vertreter der CDU und sagt, wir müssen irgendwie Lizenzen haben, die sie uns dann wieder entziehen können, wenn jemand bei Twitter über die Stränge haut. Ich meine, so eine Idee verbietet sich in einer Demokratie. Das ist so irrwitzig. Und wer das bringt als Ministerpräsident oder Kandidat für ein hohes Amt, der gehört weg vom Fenster. Das ist völlig untauglich für ein öffentliches Amt. Ja, da hat Claudio Zanetti also jetzt den künftigen Möchtegern-Ministerpräsidenten von Thüringen angesprochen, Mario Vogt von der CDU. Und wir haben ja auch schon über dieses, ja, man kann ja gar nicht sagen, Streitgespräch, was da organisiert wurde im Fernsehen von Springer vor Wochen bereits gesprochen. Gleichwohl, das ist das Erstaunliche. Er hat ja jetzt nochmal nachgelegt. Wir können diese Formulierung gar nicht deutlich genug sagen. Er sprach von verwirkbaren Lizenzen. Also wenn man auf Social Media sich äußern möchte, dann braucht man von Herrn Vogt irgendeine Lizenz. Und die ist verwirkbar. Das hat natürlich ein Riesenradau gemacht. Mit Recht. Ja, genau. Er hat dann versucht zurückzurudern. Er hat dann gesagt, nein, nein, Missverständnis war irgendwie ein Lapsus, war nicht so gemeint, falscher Kontext und wie man das so. Allerdings, erstens, der Mann ist, bitteschön, Professor für Medien irgendwas an einer Hochschule in Berlin, Quadriga-Hochschule. Und zweitens, er hat es abgelesen. Also ich meine, wenn es abgelesen ist, dann stand es irgendwo. Und dann hat man es während der Niederschrift auch schon mal vor Augen gehabt. Und insofern ist es kein Lapsus. Ja, verwirkbare Social Media Lizenzen. Alexander, du hast dein Recht, hier zu reden und in der NZZ zu schreiben, noch nicht verwirkt. Das freut mich. Ja. Also ich meine, das ist ja auch eine komplizierte Formulierung. Verwirkbare Social Media Lizenzen für jeden Nutzer. Das fällt einem nicht spontan ein. Ich denke auch, das hat ihn jemand aufgeschrieben. Dann hat er es abgelesen, mutmaßlich oder selber aufgeschrieben. Und dann ist er zurückgeschreckt vor dem Widerspruch in der Öffentlichkeit. Er hat es ja zum Beispiel nicht relativiert. Seine Vorschläge, es soll er gegebenenfalls auch ein Bot-Verbot geben. Also diese automatisierte Weiterleitung von Nachrichten, der sich zum Beispiel ja auch Parteien wie die CDU bedienen. Also Bots sollen verboten werden. Es soll eine Klarnamenpflicht gegebenenfalls geben. Eine Klarnamenpflicht im Internet, das widerstreitet auch höchstrichterlichen Entscheidungen. Man kann nicht gezwungen werden, dass die Meinungsfreiheit daran gekoppelt ist, dass ich meinen klaren Namen frei gebe. Das schränkt ja auch wieder den Korridor dessen, was man sagen kann, ein, wenn es eine Klarnamenpflicht gäbe. Ich finde es also sehr erschreckend. Das hat doch wirklich eine ungehörte Dimension von einer Sehnsucht nach durchregieren. Und dass das von ihm jetzt in einem Wahlkampf kommt, in dem er also momentan, glaube ich, auf Platz drei steht, der Umfragen also wirklich viel aufholen muss. Und dann in einer Landtagsrede, wo ihm klar wird, es wird auch überregionale Wellen schlagen, dann solchen dirigistischen Fantasien die Zügel schießen lässt. Das lässt mich eben traurig und erschüttert zurück. Und zeigt zumindest das eine ganz, ganz sicher, dass sich viele Teile der Politik und auch weite Teile der Medien daran gewöhnt haben, freiheitsstaatsförmig zu denken. Und das finde ich eine ganz, ganz schlimme Versuchung. Wenn man freiheitsstaatsförmig denkt, wenn also nicht die Einschränkung der Freiheit begründungspflichtig ist, sondern gewissermaßen die Gewährung der Freiheitsrechte durch den Staat, dann sind die tragenden Prinzipien unseres Rechtsstaates umgekehrt. Und das sollte einem weder in freier Rede noch in aufgeschriebener Rede irgendwie unterlaufen. Wer die Freiheit verteidigen will, der muss sie als gegeben voraussetzen und der muss eben die Einschränkungen der Freiheit ganz, ganz, ganz präzise begründen. Aber weiß Gott nicht die Gewährung der Freiheit. Der Staat ist dazu da, um Freiheit zu gewähren und nicht um sie zuzuteilen. Aber da müssten doch Medien reflexartig aufschreien. Ja, aber viele denken ja identisch. Es ist eine Verwirkung der Meinungsfreiheit und es ist natürlich, was er gewollt hat und was er will. Es ist ja in seinem Kopf vorhanden, sonst hätte er es nicht artikuliert. Er will die Meinungsfreiheit dann einschränken, wenn sie den ihn umgebenden Kontrahenten und Mitstreitern nicht passen. Das heißt, man will die Meinungsfreiheit damit einschränken. Ganz deutlich, so ist es gesagt. Und das bedeutet im Grunde genommen, eigentlich wäre er ein Fall für den Verfassungsschutz. Also ich habe mich schon bei dem Wort Verwirkung aufgehalten. Das ist ja kein Wort, was wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch ständig aktiv hätten. Aber das Wort Verwirkung, das steht unter anderem im Grundgesetz. Es gibt so etwas wie die Verwirkung der bürgerlichen Grundrechte bei Leuten, die sich irgendwie ganz schlimmer politischer Straftaten schuldig gemacht haben. Und es wurde bitteschön im Zusammenhang mit Björn Höcke bereits artikuliert. Da gibt es ja einen Versuch, ihn in eine Richtung zu drängen, dass er nicht mehr wählbar ist und eben dadurch seine Rechte dann als verwirkt irgendwie erklärt werden. Ich glaube, das war bei Herrn Vogt auch im Hinterkopf. Also bei verwirkt denkt man automatisch auch an Höcke und mit dem hat er ja nun ein Spezialverhältnis. Also man muss kein Freund von Herrn Höcke sein, um zu sehen, dass das, was in Thüringen mit ihm geschieht an Prozessen, einer nach dem anderen, der jetzt laufende gerade auf einen Vorgang, der mehrere Jahre zurückliegt und passgenau vor Wahlen hochgezogen wird, um zu sehen, dass das alles eine Kampagne ist. Und dass es so an den Haaren herbeigezogen wurde, dass also ein Unbefangener, der sich mit Recht und Gesetzen nicht so detailliert wie ein Jurist auskennt, dass der sagt, also das kann ja wohl nicht wahr sein, wenn ich alles für Deutschland sage und das noch im Zusammenhang mit Heimat und allem, dass das jetzt ein Straftatbestand ist, wo der Spiegel selbst so eine Formulierung gedruckter Formen von sich gegeben hat und viele andere auch. Also da werden Kampagnen aufgezogen gegen Menschen, deren Meinung nicht passt. Und das muss zutiefst beunruhigen. Egal, ob man einen Menschen mag oder nicht mag, das hat so nicht stattzufinden in einer Demokratie. Und es ist ja nicht nur alles für Deutschland, sondern mittlerweile gibt es noch eins drauf, und zwar, weil er von Fackelmärschen gesprochen hat. Ehrlich gesagt, sowohl bei dem alles für Deutschland, ich darf das sagen, wir sind aus der Schweiz, wir sind noch nicht belangbar hier für diesen Satz, aber auch dieses Phänomen der Fackelmärsche, ehrlich gesagt, ist mir eingefallen, als ich dieses Lichtermeer da sah, wie die Menschen da also mit den Handylämpchen ihre Abneigung gegen rechts artikuliert haben. Alles so unisono und im Gleichtakt und so weiter. Also da kann man schon an Fackelmärsche denken. Aber dafür wird er jetzt auch behaftet. Man kann daran denken, aber das zu artikulieren ist einfach, finde ich, thürich dumm und unproduktiv. Ich meine, Herr Höcke sieht sich so als großer Lehrer Deutschlands, so als Präzeptor Germaniae. Und er spielt mit Begriffen, die also sehr, sehr schillernd sind und teilweise auch wirklich direkt ins Dritte Reich zurückweisen oder zumindest auch dort eine Relevanz hatten. Er war Gesichtslehrer, und sovon kann man schon eine gewisse höhere Kompetenzvermutung anstellen. Das wird nun, glaube ich, seinen rechtsstaatlichen Weg gehen. Ich habe auch der NZZ einen sehr kompetenten Bericht vor Ort vom Prozess in Halle von der geschätzten Kollegin Fatina Kailani genommen, dass es durchaus offen ist, wie das ausgeht. Mir leuchtet es einfach nicht ein, warum Herr Höcke immer wieder in ein begriffliches Register verfällt, das eben so schillernd ist, dass es eben Debatten versperrt, statt zu öffnen. Ich meine, wenn ich Oppositionspolitiker wäre, was ich nicht bin, wenn ich der AfD angehörte, was ich nicht tue, dann würde ich eher sagen, die Arbeit der Opposition ist doch genau der Regierung, auf die Finger zu schauen. Da gibt es ja weiß Gott genug zu tun. Im Prinzip war die Arbeit für eine Oppositionspartei ja nie leichter als zur Zeit unserer Ampelregierung. Und dann aber immer in so einem Begriffsregister zu verfallen, das missverstanden werden kann, vielleicht auch missverstanden werden soll, zeigt einfach dann doch ein Ausmaß an intellektueller Unreife, das ich einfach für unsouverän, für nicht erwachsen oder gar für bewusst kalkulatorisch halte. Das sind ja zweierlei Paar Schuhe. Man kann sagen, das ist vielleicht politisch nicht geschickt, das ist politisch auch vielleicht nicht besonders nützlich für eine Partei. Die andere Seite ist, ist es strafrechtlich relevant, wenn jemand eigentlich negativ, das Beispiel jetzt mit den Fackelmärschen, er hat es ja nicht begrüßt, sondern er hat es ja eigentlich negativ dargestellt, über andere Dinge, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich sage, ich bin kein großer Fan von Herrn Höcker, aber ich sage auch, das, was im Rahmen des Rechts betrieben wird, das ist gezielt und das ist eine Kampagne. Das ist natürlich aus einer Not heraus geboren, weil man nicht weiß, wie man in den östlichen Ländern wieder die Füße auf die Erde kriegt, seitens der etablierten Parteien. Aus dieser Angst heraus vor den nächsten Wahlen wird jetzt nun zu jeder Munition gegriffen, selbst wenn die in der Hand explodiert am Ende. Also jetzt müssen wir mal ein bisschen weitermachen, weil wir haben zwar schon oft erlebt, dass die Sendung gefüllt ist mit Anti-AfD-Dingen, die wir überall feststellen. Es ist ja auch unglaublich, wie mit dieser einen Partei umgegangen wird. Aber diese Woche war ja nun schon noch ein bisschen was Besonderes. Und zwar müssen wir, und vielleicht sind Sie auch kein Fan von Herrn Krah, über den Fall sprechen, denn das ist ja schon ein größeres Kaliber, würde ich sagen. Ich bin ganz froh, Frau Steinbach, dass Sie jetzt dabei sind. Ja, ich nicht. Falls Sie sich jetzt dazu äußern müssen. Nein, wir können Sie natürlich auch entlassen. Es gibt keine Äußerungspflicht. Also ich habe natürlich schon eine Meinung dazu. Wenn man sich in Brüssel umhert, gibt es viele kritische Stimmen zu Herrn Krah. Wenn man aber jetzt verfolgt, was bezogen auf diesen Chinesen alles bekannt geworden ist, und seit wann das Bundesamt für Verfassungsschutz den Mann offenbar schon im Visier hat und dann einen Abgeordneten, egal ob der Herr X oder Herr Y heißt, nicht darüber informiert, dann ist das mehr als ein Fragezeichen. Dann braucht man ein Ausrufezeichen, dass das nämlich nicht geht. Denn die Abgeordneten müssten, und es wurde auch immer so gehandhabt, schon informiert werden, wenn die irgendeine Zeitbombe bei sich im Büro sitzen haben, von dem sie in aller Regel ja nicht mal das wissen können. Denn man ist ja kein Hellseher. Man kann nicht alle Menschen durchschauen, selbst wenn er im Nachbarzimmer sitzt und für einen arbeitet. Also da trifft dann wieder das passgenau zu, was Sie vorhin schon sagten, passgenau vor den Wahlen kommt das raus. Der Verfassungsschutz hat es offenbar nicht nur gewusst, sondern er hat ihn ja sogar angeworben, wie ich gehört habe. Und der Mann war auch noch in der SPD mal eine Zeit lang. Also es sind ja wirklich ganz, ganz seltsame Verhältnisse. Alexander, hast du das irgendwie aus der Berliner Perspektive näher wahrgenommen? Naja, es ging ja gar nicht anders. Das war ja neben den sogenannten Habeck-Files durch Cicero war ja der Fall Krah das große Aufregerthema dieser Woche. Im Minutentag kommen da jetzt neue Texte, neue Enthüllungen, neue Vorwürfe. Die Geschichte ist noch offen, die ist nicht auserzählt. Wir reden hier sehr ins offene Feld hinein. Ich habe hier keine Schlusspointe parat. Klar ist natürlich, dass die AfD sich mit Herrn Krah, einen Hochrisikokandidaten auf Spitzenplatz 1, hat wählen lassen bzw. gewählt hat. Es gibt ja schon 2019 extrem China-freundliche Einlassungen von ihm. Es gibt das Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament, das sehr, sehr oft pro China war. Es gibt Redebeiträge von ihm. Es gibt diesen chinesischen Mitarbeiter, der mutmaßlich ein chinesischer Spion, vielleicht auch ein Doppelspion gewesen war. Herr Krah selber war zweimal von der eigenen Fraktion suspendiert. Es gibt die scharfe Kritik von Leuten, die ihn ganz gut kennen, Herr Nikolaus Fest und Frau Sylvia Limmer. Also noch einmal, Herr Krah ist ein Hochrisikokandidat. Man muss ihn jetzt auch aus rechtlichen Gründen natürlich auf der Platz 1 Positionierung lassen. Man muss mit ihm in den Wahlkampf ziehen. Aber dass auf dieser Positionierung, dieser Wahl von Herrn Krah, kein Segen lag, zwar von Anfang an, und dass sich da gewisse Netzwerke durchgesetzt haben, die, glaube ich, nun zum Schaden der Partei ausschlagen, daran gibt es für mich auch keinen Zweifel. Andererseits gibt es natürlich auch ein weit überschießendes Interesse, weiter teilen der Medien, vor allem natürlich auch der konkurrierenden politischen Parteien, eben die AfD besonders in den Fokus zu nehmen. Alex, eine naive Frage. Warum muss man ihn auf dem Spitzenplatz belassen? Ja, das ist einfach eine rechtliche Frage, weil natürlich die Wahllisten geschlossen sind. Die sind gedruckt. Der Wahlleiter oder die Wahlleiterin hat diese Listen abgesegnet, also als rechtskonform anerkannt. Er könnte höchstens sagen, ich nehme danach das Mandat nicht an und da würden andere nachrücken. Aber einrechtlich ist das nicht möglich. Und ich hätte es besser gefunden, wenn er sich jetzt auch wirklich bis zur Klärung der Vorwürfe mehr aus der Schusslinie nimmt, als nur einmal Donau-Esching nicht teilnimmt, am 1. Mai dann in Dresden schon wieder zu reden. Das ist ein klassisches Dilemma jetzt natürlich auch für die Partei. Sie kann ihn weder, solange er da oben steht, jetzt öffentlich verbrennen. Das ist völlig klar, als ein Parteimitglied. Andererseits ist die Forderung an ihn beizutragen und sich vielleicht auch etwas mehr zurückzunehmen, auch bisher sehr defensiv ausgefallen. Also die Partei und Fraktionsführung macht da, würde ich mal sagen, auch keine glückliche Figur. Ich glaube, wir müssen schon ein bisschen unterscheiden. Da geht es um die Legislative. Wer wird da gewählt? Das Volk wird die Möglichkeit haben, sich zu äussern. Wenn er abgewählt wird, ist das nicht weiter schlimm. Aber in einem Parlament, da dürfen auch bunte Vögel rein, das sollte man nicht allzu puristisch tun. Viel wichtiger stünkt mich die Frage, was hat eigentlich der Verfassungsschutz, auch hier wieder, für eine komische Rolle, die er spielt. Wir wissen, bei der RAF-Geschichte damals, oder zum Beispiel der Brandanschlag auf das Springergebäude, hat der Verfassungsschutz damals sich die Molotow-Cocktails geliefert. Wir wissen, bei dem NPD-Verbot bestand die NPD aus so vielen Verfassungsschützern, dass ein Verbot nicht mehr möglich war. Wir hatten bei diesem NSU-Aufarbeitung, dort wurde mal aufgearbeitet, aber eben auch nicht richtig, so viele offene Fragen. Ich meine, da wurde einer erschossen, während zwei Meter daneben der Feilmann vom Verfassungsschutz saß, der angeblich nichts mitbekommen haben will. All diese Sachen, der Verfassungsschutz hatte offensichtlich die Finger dran, da in Potsdam bei dieser Konferenz, jetzt auch schon wieder hier in diesem Fall. Also vielleicht sollte man die Leute auch mal etwas kontrollieren, die ständig nur die Bürgerinnen und Bürger der Demokratie kontrollieren. Frau Steinbach. Es kommt nicht von ungefähr, dass Rupert Scholz gefordert hat, der Präsident des Bundesamtes Verfassungsschutz müsste eigentlich sofort zurücktreten. Ja, aber mit einem Rücktritt ist es nicht getan. Also wir haben in der Schweiz ja keinen Verfassungsschutz. Die Verfassung wird bei uns vom Volk und Ständen geschützt. Und wir glauben eigentlich, dass das das Richtige ist. Ich habe gerade kürzlich wieder diesen Artikel von Zacharia Giacometti ausgegraben, der die Demokratie als Hüterin der Menschenrechte beschreibt. Aber wenn man schon so ein Gremium hat, dann sollen die gegen Missbräuche, gegen Angriffe auf die Verfassung da sein. Aber sie sind keine Partei und sie haben sich nicht ins politische Tagesgeschäft einzumischen. Und offenbar machen sie das gerne. Wir sehen das übrigens auch bei der CIA oder so. Die haben einfach Spass gefunden an diesen verdeckten Operationen und haben auf der ganzen Welt Regierungen gestürzt, zum Teil gegen den erklärten Willen der Regierung in Washington. Das stimmt natürlich großteils. Nur bin ich natürlich auch der Meinung, A, es hat sich hier dieser Chinesen, nach allem, was wir wissen, dem sächsischen Landesverfassungsschutz als Innenverband angeboten. Da war Herr Haldenwang jetzt damals zumindest gar nicht involviert. Und zum Zweiten ist natürlich die Frage, warum stellt Herr Krah einen Chinesen ein, da er doch als Europaparlamentarier überhaupt nicht mit China zu tun hat. Zunächst mal die Frage muss Herr Krah beantworten. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen einen kritischen Blick auf einen doch in vielerlei Hinsicht ungut politisierten Verfassungsschutz, speziell unter Herrn Haldenwang. Und trotzdem sollte sich die AfD jetzt angesetzt dieser massiven Vorfälle und Vorgänge jetzt auch nicht zu leicht in der Opferrolle suhlen. So nach dem Motto, bei uns ist alles sauber gelaufen und der Verfassungsschutz lügt uns hier nur an. Wie gesagt, da sind viele, viele Fragen offen. Aber dass es eben auch hier konkrete Vorfälle gibt, die Herr Krah sich zulasten anrechnen muss, steht für mich auch evident. Und wie die Geschichte am Ende ausgeht, das muss man abwarten. So, wir sind ja durch die Personalie Krah jetzt sowieso im Europaparlament und bei der Kommission. Da steht am Ende dann nach dem Wahlgang die Wahl des Chefs oder der Chefin an, wobei die Chancen von Ursula von der Leyen ja offensichtlich sinken. Also nach dem, was ich so wahrnehme, werden eine ganze Menge andere Kandidaten gehandelt. Jetzt ist man ja schon seit dem letzten Wechsel ein bisschen gebrannt, weil da konnte gewählt werden, wer will. Zum Schluss machen wir so ein Kasperle-Spiel und holen eine andere Puppe aus der Kiste und die ist es dann. Auf diese Weise ist Frau von der Leyen es geworden, ohne Wahl. Und jetzt lese ich, dass vielleicht ein Grieche, dann vielleicht Mario Draghi in Frage käme. Was sind die Wetten bei euch? Also ich lese nur die NZZ, nun ermitteln Europas Korruptionsjäger gegen Ursula von der Leyen. Oder europäische Staatsanwälte nehmen von der Leyen wegen Impfstoffdeals in Visier. Oder die europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ursula von der Leyen die Weltwoche. Sie steht unter Beschuss und ob die CDU, CSU an ihr festhalten will und wird, das weiß ich nicht. Ich vermute, sie werden an ihr festhalten, obwohl diese Frau wirklich ein Unglück war für die deutsche Bundeswehr und für die Europäische Union gleichermaßen nach meiner Einschätzung. Und ich habe sie ja noch kennengelernt, als ich noch Bundestagsabgeordnete war und habe meine sehr spezifische Meinung zu dieser Person. Aber Scholz wird sie nicht wollen. Naja, der hatte auch recht in dem Fall. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal die Habeck-Files gestreift. Alexander Kissler hatte sie im Zusammenhang mit den anderen geschwärzten RKI-Files erwähnt. Und jetzt müssen wir unbedingt dazu kommen, denn das war der zweite große Knaller in dieser Woche, nicht wahr? Alexander, vielleicht mal ganz kurz. War es überraschend zunächst mal? Das war ja eine Bombe, die Cicero brachte. Man musste allerdings auch wirklich Cicero bzw. alternative Medien lesen, um es mitzukriegen. Denn die Öffentlich-Rechtlichen haben ja erst mal gar nichts gebracht. Am Anfang war das wirklich so. Da gab es also die erste Meldung bei Tagesschau.de, ich glaube um halb vier am Donnerstag, nachdem am Morgen das schon online ging und man bei vielen anderen Medien, Bad Welt beispielsweise oder auch beim Online-Portal News, schon ausführlich darüber informiert worden war. Und dann hat natürlich auch die Tagesschau mit dem Spin aufgemacht, Ministerium weist Vorwürfe zurück. Also man hat gewissermaßen gewartet, bis der ins Zwielich geratene Minister sagt, alles halb so schlimm, ich war super und diesen Spin dreht man dann weiter. Einen Tag später, am Freitag, hat man sich insofern eines Besseren besonnen, als es dann einen sehr, sehr harschen, habe, kritischen Kommentar bei den Tagesthemen gab. Also mit etwas Verzögerung hat dann doch noch die Aufklärungsfreude über das Bedürfnis gesiegt, den Grünen eine gute Presse zu verschaffen. Und diese Leidenschaft, den Grünen bei ihren Erfolgen nicht im Weg zu stehen, darf man bei den öffentlich-rechtlichen Medien nie unterschätzen. That having said. Mich hat überrascht natürlich, dass es anderthalb Jahre gedauert hat, bis der Zizero, mein vorheriger Arbeitgeber, also dann vor Gericht, endlich diese Dokumente eingeklagt hatte. Anderthalb Jahre, das ist eine lange, lange Zeit. Und wer also so lange Zeit verstreichen und es darauf ankommen lässt, der hat das etwas zu verbergen. Das ist doch völlig klar. Und man hat jetzt ja auch gesehen, dass Bundeswirtschafts- und das Bundesumweltministerium beide unter grüner Leitung hatten sehr wohl etwas zu verbergen. Es wurden also Einschätzungen von Fachleuten im eigenen Ministerium umgeschrieben durch grüne Staatssekretäre und Abteilungsleiter aus einem Hochrisiko der Atomkraft. Hat man behauptet, während man vorher eben gesagt hat, es wäre mit der nuklearen Sicherheit sogar eine Laufzeit über mehrere Jahre verträglich. Und Herr Habeck hat dann angeblich nur diesen harschen, bearbeiteten, ins Gegenteil verkehrten Bescheid des Staatssekretärs bekommen, demnach eben ein weiter Betrieb der Kernkraftwerke unsicher sei und auch sonst nichts prächte, während vorher drin gestanden hat. A. Widerspricht nicht der nuklearen Sicherheit. Und B. Senkt die Energiepreise. Das zeigt natürlich zunächst einmal, muss ich so hart formulieren, den Willen zur Täuschung und Manipulation in, in diesem Falle, von grünen geleiteten Ministerien. Und ich bin ja immer für Religionsfreiheit und auch eine Glaubensgemeinschaft wie die Grünen hat natürlich alles Recht der Welt, für ihre Dogmen zu kämpfen. Warum denn nicht? Es gibt die Apostolische Kirche, da soll es auch die Grünen geben. Aber wenn eben dann durch eine Brachialgewalt die eigenen Dogmen über die Wirklichkeit und auch letzten Endes über die Energiesicherheit und über die Energiepreise und damit über die Stabilität der Wirtschaft obsiegen, dann ist es schon ein Faktum, das einfach nicht beschwiegen werden darf und das auch schon skandalhafte Züge hat. Wir sehen eben in diesem Fall ganz explizit ausgeführt, das nochmal danke den Kollegen vom Zitzro, dass in Ministerien, im Wirtschafts- und im Umweltministerium Fachexpertise umgeschrieben wurde, um den Grünen einen Home-Rum in ihrem Lieblingsrennen zu sichern. Wir gegen die Kernkraft und das wollen eben die Grünen immer haushoch gewinnen, kostet es, was es braucht. Ja, aber Alex, das haben doch ganz niederträchtige Experten gemacht unterhalb der Ebene des Ministers. Der wusste doch davon nichts. Ich meine, der arme Habeck wurde doch von seinen Leuten getäuscht. Das ist schwer, ob das stimmt und genauso wie Herr Kral sich es zurechnen lassen muss, was für Triebe oder Untriebe in seinem Büro laufen, genauso muss Herr Habeck und Frau Lemke es sich zurechnen lassen, was in ihrem Ministerium läuft. Herr Habeck dreht die Letztverantwortung, ob er es gewusst hat oder nicht. Er ist der verantwortliche Minister und es einfach zu sagen, A, es lief doch alles super und B, mir hat das nicht vorgelegen, ist einfach billig. Also der Nukleus grüner Politik war immer die Abschaffung der Atomenergie und alles, was mit Atom zu tun hat. Und auch wenn jetzt die nachgeordneten Fachleute dafür an den Pranger gestellt werden, ich persönlich bin überzeugt, der Minister und die Ministerin, die haben das gewusst und sie haben es gewollt. Diese Fälschung und die Schwärzungen und das Umgeschriebene, damit für den Fall, dass es mal vorgezeigt werden muss und dann kann er sich den Rücken freihalten. Aber er hat ja sein Ziel erreicht. Und ich meine, vor einem Jahr wurde das letzte AKW abgeschaltet. Jürgen Trittin konnte sich vor Freude nicht fassen. Und dann muss ich mich jetzt daran erinnern, dass Angela Merkel anlässlich des Abgangs von Herrn Trittin für ihn auch noch die Gedenkrede hält. Und sie war die Initiatoren des Abschaltens der AKWs in Deutschland. Das darf man auch nicht vergessen. Das nehme ich ihr bis heute übel. Claudia Zanetti. Deswegen passt ja der Vergleich mit der Religionsgemeinschaft so gut. Jeder wusste, was gefragt ist, was er zu liefern hat. Deshalb ist es auch überhaupt nicht überraschend, was jetzt da rausgekommen ist. Es ist verdienstvoll und gut, dass wir das jetzt auch schwarz auf eiss sehen, was wir aber eigentlich alle schon lange wussten. Diese Zustände, jetzt herrscht ein Meinungsterror, wo die Linken sind oder die Grünen sind. Das ist es. Aber interessant finde ich, genau diese Leute, die schon immer von Whistleblowern und so weiter schwatzen und sagen, ja, wir müssen diese Leute schützen, da gab es offenbar gar nichts. Hat niemand gewagt aufzumuchsen und zu sagen, Moment, ich habe da eine ganz andere Expertise eingereicht als das, was nachher rauskam. Weil offenbar ein Klima der Angst auch herrscht, auch von der Wissenschaftsseite her. Die haben alle geliefert und wenn es verdreht wurde, haben sie nachher geschwiegen, genau wie es von ihnen erwartet wurde. Entweder waren sie gekauft oder sie wollten sich für die Zukunft nichts verspielen und wir dürfen nicht zulassen, dass sich das ständig wiederholt. Bei Corona war das so, bei den Elektrofahrzeugen, überall, wenn die Politik zu einer Religion wird, passieren solche Dinge und darum braucht es diese öffentlichen Diskussionen, es muss gestritten werden, es braucht Checks und Balances und die haben alles platt gewalzt. Man muss sich in diesem Falle sagen, wie auch im Falle von Multipolar und den RKI-Files, der Rechtsstaat hat doch insofern funktioniert, als vor Gericht das Recht auf Freiheit, auf Information der Öffentlichkeit sich durchgesetzt hat. Also zumindest der Rechtsstaat hat in dieser Weise wirklich sehr funktioniert und in beiden Fällen gibt es empfindliche Niederlagen für in diesem Falle schon drei Ministerien unserer Ampelregierung. Herr Kessler, ich bin da nicht ganz einverstanden mit Ihnen, wenn Sie sagen, der Rechtsstaat funktioniert. Es stimmt, die haben jetzt drei empfindliche Niederlagen eingefahren. Was hatte das für Folgen? Keine. Die lachen darüber, sie sagen, wir machen einfach weiter wie bisher. Beim Möllemann, der musste zurücktreten, weil er ein falsches Briefpapier verwendet hat. Es gibt x Rücktritte in der Geschichte der Bundesrepublik oder auch in anderen Ländern wegen Kleinigkeiten. Hier geht es um fundamentale Angriffe auf demokratische Abläufe und es passiert rein gar nichts, weil einfach auch in den Medien gar nichts gefordert wird, ausser gerade in der NZZ, in den deutschen Zeitungen wird schon ein bisschen Lärm gemacht, aber es hat keinerlei Wirkung. Sie haben völlig recht. In jeder grossen Firma würde ein Manager, der sich sowas leistet, postwendend entlassen. In der Bundesregierung ist die Schützenhilfe, selbst der FDP dazu am Ende vorhanden und man lässt es laufen. Wenn ich mir die gegenwärtigen Umfrageergebnisse anschaue, dann wird die gegenwärtige Bundesregierung nächstes Jahr vom Wähler entlassen. Ja, hoffentlich. Das schauen wir mal. Also zu den Umfragen kommen wir gleich. Lasst uns vom Anti-Atomkraft-Minister Habeck mal kurz zum Rüstungsindustrie-Minister Habeck wechseln, denn das ist ja auch ein großes Thema in dieser Woche gewesen, unter anderem wegen solcher Sätze wie Wir müssen die Wehrindustrie in Deutschland höher skalieren. Es gibt ja mittlerweile auch einen nationalen Veteranentag, der kommt dann Mitte Juni. Da ist ja etwas im Gange, was jeder spürt, dass es auf Krieg hinauslaufen könnte. Das sagt sich so gelassen, aber man kriegt Gänsehaut, wenn man es durchdenkt. Und dann kommt der deutsche Verteidigungsminister, heißt er ja noch, wahrscheinlich möchte er sich auch lieber als Kriegsminister umbenennen, und sagt, die Bevölkerung muss jetzt dafür sorgen, dass durchziehende Truppen, und zwar zum Beispiel Amerikaner, die von West nach Ost ziehen, an die dann nicht mehr Grenze, sondern Front, die müssen also von der Bevölkerung versorgt werden. Wir brauchen maximale zivile Leistungserbringung, hat er gesagt. Vielleicht tief durchatmen und jetzt mal eine Stellungnahme, Alexander. Das sind natürlich ganz neue Töne. Ich glaube, es geht natürlich auch darum, also man redet natürlich auch vom Krieg zu verhindern oder von Kriegstüchtigkeit statt Wehrtüchtigkeit, weil man hofft, dass natürlich dieser Fall nicht eintritt. Also den Stimmen, die jetzt sagen, also ich werde jetzt sofort zum Krieg gerüstet und die sind alle so erpicht drauf, dass sie endlich mal Kriegsführen wollen, können, dürfen, sollen, Schrägstrich, das glaube ich jetzt wiederum nicht. Ein ganz starker Bewusstseinswandel soll ja eingesetzt werden. Den kann ich aus der Sicht gewisser Militärs sogar verstehen, denn wir hatten, da müssen wir nochmal in die Zeit auch wieder von Frau von der Leyen zurückdenken. Frau von der Leyen war auch mal Bundesverteidigungsministerin. Was ist von ihr geblieben? Wickeltische und die Bundeswehr als attraktiver Arbeitgeber auch für Frauen. Das war wirklich eine Zeit, wo man den Eindruck hatte, die Bundeswehr ist ein Egittbetrieb und am besten man merkt sie überhaupt nicht. Insofern kann ich es schon verstehen, dass man sagt, wir leben in Zeiten, in denen es doch auch wichtig ist, nationale Souveränität auch unter den Hospizien einer Wehrhaftigkeit des eigenen Landes zu sehen. Dass viele Leute natürlich das jetzt sehr irritiert, wenn auf einmal der Krieg, also der schlimmste Vorfall in einer Geschichte mit allzu kleiner Münze ausgeteilt wird, das verstehe ich auch. Es sieht momentan allerdings schon, das sind vielleicht hier einige Sachen halt anders, rhetorische Operationen, um deutlich zu machen, also es versteht sich nicht von selbst, dass man Souveränität schützen kann, ohne auch der Bundeswehr und damit auch der territorialen Souveränität eine Stabilität zu sichern. Also Alexander Kistler sieht darin einen Wunsch nach Kriegsvermeidung möglicherweise. Erika Steinbach, stimmen Sie zu? Vermutlich ist das so und trotzdem ist diese Vokabel Kriegstüchtigkeit mir zutiefst zuwider. Wir haben immer von Verteidigungsfähigkeit gesprochen. Jedes Land muss in der Lage sein, sich zu verteidigen. Und ich begrüße ausdrücklich, dass es jetzt auch einen Tag für die Veteranen gibt, die im Krieg in den Einsätzen, die sie geschickt wurden, die Gesundheit verloren haben oder das Leben verloren haben. Das ist längst überfällig. Das hatte schon mal die vorangegangene Regierung gefordert. Das ging damals nicht durch. Jetzt unter veränderten Rahmenbedingungen ist es möglich und das begrüße ich ausdrücklich. Aber dass unsere Bundeswehr seit 1990, weil man glaubte, der ewige Frieden auf der Welt sei ausgebrochen, wirklich extrem vernachlässigt wurde und dass die Bundeswehr in einem beschämenden Zustand ist. Die Kasernen haben marode Stuben, verschimmelte Duschen, verstopfte Toiletten. Und es ist einfach blamabel, in welchem Zustand die meisten Kasernen sich befinden. Und es fehlt den Soldaten auch in allen Bereichen. Und wenn man sieht, wie hoch die Abbruchquote während der sechsmonatigen Probezeit ist, das sind 26 Prozent, dann weiß man, dass offenkundig das alles, die Rahmenbedingungen für junge Menschen, die sich entschließen, zur Bundeswehr gehen zu wollen, am Ende doch so erschütternd sind, dass sie das unterlassen. Ich glaube aber, dass es Jahre dauern wird, mindestens ein Jahrzehnt, bis die Bundeswehr wieder in einen Zustand gebracht worden ist, wo man halbwegs sagen kann, wir würden, falls Kaczynski wieder an der Regierung wäre und seine großpolnischen Fantasien bis nach Deutschland und nach Berlin reichen und sagt, ich marschiere jetzt mal in Deutschland ein, dem würden wir heute nicht standhalten können, das muss man deutlich sagen. Wir müssen verteidigungfähig sein, dass wir es nicht sind. Daran ist die Union mitbeteiligt, daran ist die SPD beteiligt, es sind alle daran beteiligt. So, also reden wir jetzt mal nicht von Kriegstüchtigkeit, sondern von Verteidigungsfähigkeit und wenden den Blick in die Schweiz. Dort wird man ja grundsätzlich davon ausgehen, dass jedes Land das Recht hat und die Schweiz ganz besonders, denn die Zahl der Angriffskriege, die die Schweiz mit ihrer Armee in den letzten Jahren geführt hat, die ist doch relativ gering. Allerdings hat die Schweiz den hohen Status des Ansehens in der Welt als Begegnungsort für möglicherweise Friedensverhandlungen, als eine Plattform der Neutralität. Diesen Status hat die Schweiz in letzter Zeit eingebüßt. Jetzt wollen die also eine Friedenskonferenz machen, eine Ukraine-Friedenskonferenz. Da muss man allerdings sagen, Russland nimmt gar nicht teil, wurde gar nicht eingeladen. Das heisst, die wichtigste Kriegspartei ist abwesend. Man kann das alles in der Pfeife rauchen. Es ist sinnlos, nicht wahr, Claudio? Es ist absurd, selbstverständlich. Aber das ist, weil unsere Politiker eben im gleichen Spital krank sind. Die wollen auch nur noch dabei sein. Anstatt dass sie Verantwortung für ihre 41.000 Quadratkilometer übernehmen, wollen sie mit den anderen in Brüssel am Tisch sitzen. Das ist schlimm. Einen Aspekt noch wegen den Rüstungsausgaben. Das erlaubt natürlich den Politikern, sämtliche Schuldenbremsen und so weiter aufzuheben. Sie können sagen, ja, wir müssen, es sind äussere Umstände, die uns zwingen. Sie können dann Steuern erhöhen und so weiter. Das ist etwas, was natürlich diese ganze Kriegsindustrie für Politiker auch attraktiv macht. Auch in der Schweiz, jetzt wollen sie auch da Pakete machen für die Ukraine, Geld schicken, dann eben die Armee hochfahren. Aber das ist genau, wie Frau Steinbach sagte, wir haben 30 Jahre, nicht nur etwa 10, sondern 30 Jahre seit dem Zusammenbruch des Ostblocks, haben wir versagt. Sicherheitspolitisch, das war überhaupt kein Thema mehr. Wir haben einfach geglaubt, Krieg ist undenkbar. Jeder EU-Politiker hat diesen Unsinn verbreitet. Krieg sei in Europa nicht mehr denkbar. Das zeigt, man nimmt ihn nicht mehr ernst, Krieg. Auch die Art des Krieges, oder das ist ja, Panzer kann man eh vergessen. Jetzt ist es wieder da, die Franzosen und die Deutschen wollen einen gemeinsamen neuen Panzer entwickeln. Gewisse Dinge ändern sich leider nicht, weil sie in der Natur des Menschen liegen. Deshalb sollten wir solche Sachen ernst nehmen. Aber wir haben 30 Jahre versagt und das wird sehr lange dauern, bis wir wieder auf dem Stand sind, dass wir sicher sein können. Ich meine, warum haben die Russen letztlich die Ukraine angegriffen? Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ich hätte der NATO schon etwas mehr Abschreckung oder Dissuationswirkung zugetraut. Aber von aussen her wird eben die NATO nicht mehr so ernst genommen. Das ist das Problem und da kann ich schon ein paar gute Waffen haben. Aber diese Abschreckung nützt natürlich nur, wenn der Gegner sie auch wirklich als Abschreckung begreift. Sonst kann er machen, was er will. Und wenn ich natürlich sage, ich schicke keine Bodentruppen, ich schicke keine Flugzeuge, dann weiss ich genau, bis dort kann ich gehen und erreiche alles. Das ist natürlich eine beliebte Methode. Wenn man mehr Geld braucht, dann muss die Schuldenbremse gekillt werden. Das wäre gar nicht nötig, wenn Deutschland nicht so viele Millionen und Milliarden in Außenpolitik verschenken würde. Jetzt lese ich gerade 20 Millionen Euro für die Wälder in Kamerun. 20 Millionen, damit dort Wälder aufgeforstet werden. Das sind Summen, die können wir im Inland brauchen und wir brauchen sie auch dringend, anstatt eine Schuldenbremse aufzuheben. Jetzt habe ich kürzlich bei Facebook gesehen, ganz putzig hat jemand an seinem Feldrand ein Schild aufgestellt. Peru hat jetzt Radwege wie Deutschland und wir haben dafür Straßen wie in Püren. So ähnlich ist das in der Entwicklung. Das sollte man ein bisschen mal die Gewichte verschieben, das, was ins Ausland gezahlt wird, wo es sinnlos ist und das lieber im Inland einsetzen. Gut, wir sind fast am Ende. Ich will aber nicht schließen, ohne einen herzlichen Gruß an Anna Engelke zu entbieten. Nicht jeder unserer Hörer wird sie kennen. Sie war vorher die Sprecherin des deutschen Bundespräsidenten Steinmeier. Sie wird jetzt Chefin beim ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, also bei der Radioredaktion, eine Radiokollegin. Und es ist ja doch erstaunlich, wie leicht und wie schnell diese Wieselwechsel mittlerweile passieren. Erstmal war es der Merkel-Sprecher Wilhelm, der wurde dann Intendant des Bayerischen Rundfunks. Dann gibt es andere Kollegen, eine Frau Dämmer, die hin und her von den Öffentlich-Rechtlichen in die Politik gegangen ist. Ist das okay? Ich meine, man kann ja auch sagen, nein, es ist prima, dass Profis da auch in der Politik ein bisschen mitmischen. Und es gibt ja auch berühmte Vorbilder. Bölling, einst hat ja Politik gemacht und war ein ausgezeichneter Journalist, zweifellos. Alexander, wie siehst du das? Ja, da gibt es ja viele Fälle. Auch der Pressesprecherin Pistorius war ja kurz davor noch beim SWR festangestellt. Genau. Ich finde also, die Drehtür dreht sich zu schnell und es sind zu viele Personen drin. Und man muss ja ganz klar sagen, es ist ein Wechsel vom Journalismus zur Public Relation. Ich spreche dann für ein Ministerium, ich spreche für andere. Ich gebe also gewissermaßen meine eigene Sicht der Dinge ab oder ordne sie zumindest meinem neuen Verhältnis unter. Ja, dieser Wechsel von Journalismus, der hoffe ich doch nach wie vor an vielen Stellen immer noch der Wahrheit und der Freiheit verpflichtet wird, hin zur Public Relation, also zum Sprecher von Unternehmen oder in diesem Falle von Regierungen, der läuft mir manchmal zu selbstverständlich, weil man natürlich davon ausgeht an vielerlei Stellen, man ist generell auf der gleichen guten Sache unterwegs. Und das würde ich einfach sagen, das ist schon ein kategorialer Unterschied, ob Exekutive, ob Legislative, ob Journalismus, ob PR. All das hat irgendwie damit zu tun, mit einer Fähigkeit, sich in der Öffentlichkeit zu äußern. Aber es bleibt einfach ein fundamentaler Unterschied, ob ich machtkritisch bin oder machtfreundlich, ob ich regierungsskeptisch bin oder Regierungssprecher. Und dass manche da einfach so einen Kippschalter im Kopf haben, den sie je nach Bedarf einfach umschalten können, wie so eine kleine flexible Relaystation heute dies Morgen, jenes Hauptsache ich rede, das würde ich sehr befremdlich, könnte ich mir für mich und viele andere Kollegen partout nicht vorstellen. Genau, das ist ja das Anstößige eigentlich daran, dass diejenigen, die da jetzt als Journalisten ihre frühere Dienstherren kritisieren sollen, dass das zumindest nicht sehr glaubhaft ist. Vielen Dank, wir sind am Ende der Sonntagsrunde im Kontrafunk am 28. April 2024 mit Erika Steinbach, Alexander Kissler und Claudio Zanetti. Auch vielen Dank an unsere Hörer und allen wünsche ich jetzt einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.